Hey Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu die Sims 4 der 100 Baby Challenge. Ist ja jetzt schon ein Stück her, dass mein Video kam, aber ich bin wieder am Start. Mir geht's wieder ziemlich gut und ich habe auch wieder Lust, Videos aufzunehmen. Das war ja immer so, ich hatte so richtig komische Launen, so in der letzten Woche. Und das wollte ich euch einfach nicht antun, ich wollte euch nicht hier irgendwas vorspielen, so sagen so, haha, ich bin so glücklich, wenn ich jetzt überhaupt nicht bin. Deshalb habe ich's einfach mal gelassen und jetzt bin ich auch wieder da, mir geht's bestens. Ähm, ich habe das Richtige auf jeden Fall jetzt getan, jetzt geht's mir wieder besser. Soviel zu diesem Thema, ich bin wieder da, ihr könnt euch auf jeden Fall wieder freuen. Und den, äh, Daumen hoch-Button jetzt sprengen, weil ihr also denkt, boah geil, er ist wieder da, Daumen hoch. Okay, was, Punkt, heiße ich Miguel Pablo, girl, bye. Ähm, ja, wir haben irgendwelche Follower hinzugewonnen, das ist doch schön. In der letzten Folge haben wir ja die gute Baby umgestylt. Ähm, die Folge kam ja sehr gut an, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und könnte, hätte sie, man sieht, dass du noch was drunter hast. Aber okay, ähm, könnte ja gut sein, dass die Folge sehr gut ankam, weil auf dem Thumbnail einfach mal die, die hier abgebildet war, aber halt mit dem Kopf von Bibi. Könnte gut daran gelegen haben, aber ich fand's trotzdem lustig. Auf jeden Fall, äh, kümmern wir uns heute wieder um unsere wunderbaren, tollen, fantastischen Kinder. Ähm, manchmal möchte ich die halt umbringen, aber nur manchmal. So, sie geht jetzt erstmal oben baden und dann kann sie noch ein paar Hausaufgaben machen, weil es wird mal Zeit, ne, siehst du, eine Zweierschülerin. Aber sie muss sich echt mal in der Schule anstrengen. Ich hab manchmal das Gefühl, sie hat nichts drauf, außer Zahnbelag, ey. So eine Scheiße. So, sie hat ein bisschen Hunger. Wie geht's denn unseren kleinen Kindern? Wo sind die überhaupt? Hallo, wo sind die? Hä, was macht die hier oben? Warum chillt die hier? Keine Ahnung. Warum chillt er hier? Oh, Kim, ey. Egal, wir kümmern uns dann mal. Guck mal, die Bibi hat gerade eine freie Spitze. Die wollte eh, glaube ich, hoch zu ihr. Und du trägst die jetzt einfach mal, äh, hochheben. Genau, du nimmst die jetzt einfach mal hoch und trägst die bitte dann nach unten, weil irgendjemand muss das ja mal erledigen. So, ach, guck mal, wie süß die Kleine hier steht. Sie steht so, wieso bestellt und nicht abgeholt. Apropos Edona. Ach ja, die gute Edona war ja auch vor kurzem bei DSDS. Ach ja, jeder, der es von euch gesehen hat, ich liebe euch. So, unser Telefon klingelt. Hi, Kim, ich bin's, Julienko. Nein, danke, Julienko, wir lehnen dankend ab. So. Ach, schön, dass ihr hier draußen seid. Ist das schön hier? Ja, ja. Das ist alles so schwierig. Ich kann mich mittlerweile so schwierig um unsere ganzen Kinder hier kümmern. Ja, pinkel am besten ins Wasser oder so. Dann hat sich das wenigstens gleich. So, kriegst du noch eine Massage. Ach, sie hat ja keine Hausaufgaben. Ähm, ach man, von wem kann ich mir mal die Hausaufgaben klauen? Bibi, kannst du mal deine Hausaufgaben kurz klauen? Ähm, das ist jetzt doof. Ich frag mich echt, liegen die hier irgendwo? Also, liegen ihre Hausaufgaben irgendwo oder gibt's die einfach nicht mehr? Weil irgendwie hab ich die zumindest nicht gesehen. Ich sehe sie leider auch nicht. Das ist doof, weil ich nicht weiß, wo ich die scheiß Hausaufgaben finde. Und der Debug hat mir jemand geschrieben und ich dachte mir so, hilf, was ist denn Debug schon wieder? Aber, okay, okay. Do you want the beat? Ähm, nee, hier liegt nirgends was. Das find ich grad ein bisschen scheiße gelaufen, auf jeden Fall. Aber, ja, was soll ich jetzt machen, ne? Ich kann ja jetzt auch nichts daran ändern. Aber ich kann... Aber es bringt ja auch nichts. Sagen sie keine Hausaufgaben mehr. Egal, ich geb mal trotzdem... Steht dann da von... Nö. Einfach nur Hausaufgaben. Ähm, perfekt. So, dann kannst du dich nämlich mal den Hausaufgaben widmen. Und dann hast du die wenigstens gemacht. Und nun, glaube ich... Geht das überhaupt, wenn das nicht irre sind? Geht das überhaupt? Werden wir gleich sehen, Leute. Ja. Gerade erst begonnen. Okay. Weil wir müssen sie schon ein bisschen steigern, ne? Irgendwie müssen wir ja hier was hinkriegen. Sie möchte sich schon wieder um Honey kümmern. Honey! Wo ist denn die Kleine? Was? Die... Es... Oh, guck mal, wie süß sie das macht. Sie krabbelt zu Treppenstufen. Hat sie schon Stufe 2? Ah ja, sie hat schon Stufe 2. Deshalb kann sie schon Treppen krabbeln. Wie süß macht sie das bitte. O-M-G. So. Ähm. Du kannst ja gerne mal, äh, hier irgendwelchen Kindern das Sprechen beibringen. Aber jetzt nicht hier draußen, sondern eher drinnen. Also, ne? Ihr könnt gerne mal die Kleinkinder alle reinschicken. Das mach ich jetzt auch direkt mal. Also schick die alle mal hier in deren Zimmer. So. Ähm. Zusammen hier sitzen. Was? Du sollst einfach nur dahin gehen, beziehungsweise krabbeln. Du kannst auch hierhin gehen. Und Florian ebenfalls geht mal alle dahin. Oh, er musste pullern. Musste er pullern? Ne. Hä? Warum war er da aufs Klo? Also, sein Bedürfnis ist doch gar nicht so krass. Ha. Honey geht's nicht so gut. Ich glaube, er hat einfach nur einen etwas zu dicken Hals. Aber das ist nicht so schlimm. Auf Kleinkind warten. Sie so. Ja, ich warte jetzt, bis das Kleinkind erstmal fettkacken geht. Äh, du musst hier nicht auf Kleinkind warten. Was jetzt kacken muss. Sondern, du musst dich jetzt einfach mal kurz um die Kinder kümmern. Und zwar musst du auch mal mit dahin gehen. Weil, irgendjemand muss sich ja um die Kinder kümmern. Äh, was macht sie? Sie kann sich was zu essen nehmen. Hallo. Kleinkind überprüfen. Ey, denkt ihr alle, ihr seid hier Familie oder was? La familia grande. Ich schlag euch ins Fresse. Ins Fresse was? Punkt. Ähm. Das Kind soll Oma nicht nerven. Kati. Wie, sie hat ihre Hausaufgaben schon gemacht? Boah, Kati. Was bist du für eine Schreberin? Geh dir hier was gönnen. Ne, kann sie ja gar nicht. Oh, shit. Was kann sie eigentlich? Gar nichts. Richtig. So. Ähm. Komm, ich schick. Das ist nicht mal Kati, ne? Das ist Kim. Kati ist nämlich gerade ins Bett gegangen. Gut. Habe ich halt, Kati wird so unrecht beleidigt. Kein Problem. Was hat Alexander denn für ein Problem? Alexander. Alexander, ich bin so eine wütende Mutti. Alexander. Äh, so. Essen geben. Geben wir dir mal einen geilen Joghurt. Hoffentlich platzt dein Hals nicht dadurch. Ähm. Und sie hat auch Hunger. Ähm. Guck mal. Ich setze dich einfach jetzt auch Essen geben an Edona. Und zwar, Edona kriegt, äh, Schinken-Käse-Sandwich. Und wie sieht's bei ihm aus? Florian. Was hat der für ein Problem? Ach, Flo. Was hast du denn für ein Problem? Guck mal, sie freut sich so. Ja, geil. Ähm. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Er ist eher so ein bisschen müde, aber das ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. So. Sie stolpert gerade weg. Du musst dir nichts zu essen holen, ne? So. Was in der Küche bedienen. So ein bisschen spielen und so. Sie läuft einfach genau durch und durch, wie sie läuft. Sie läuft so, so richtig mit Elan und so einen ganzen Abfall. Nee. Kim, das geht zu weit. So. Wir, äh, stolzieren mal mit dem kleinen Florian in die Küche. Und schauen mal, was er sich gleich so grabbt. Ähm. So. Oh, da holt er eine Pfanne. Oh, 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 Leute. Randale Florian. Schlägt jetzt auf Honey ein. Das will ich auch mal von nahen sehen. Aha, wie geil. Das ist so süß, Leute, wie die das animiert haben. Oh, er schmeißt... Oh, oh. Er macht so... Scheiße. Er schmeißt sie immer so weg und dann... Er rastet so aus. Oh nein. Florian. Florian. So richtig in so einem Ton. Florian, bitte hör auf damit. Hier spricht deine Mutti. So, auf jeden Fall hat er daran ein bisschen Spaß. Das ist doch schön. Kim, hör doch mal auf dich, um dich selber zu kümmern, Mann. Kümmer dich einmal um die Kinder. Guck mal so wie die Gute hier. Kleinkind überprüfen. So. Überprüf dir mal, wie sieht's aus. Der muss schlafen. Guck mal. Da darfst du den nämlich jetzt, ähm, in den Schlaf lesen, den guten Honey. Und Kim, da Flo ist nämlich müde, ne? Flo muss aber auch auf Toilette. Ich glaube aber, Flo... Was will er denn machen? Er will die ganze Zeit irgendwo hinkrabbeln. Flo kann aufs Töpfchen gehen. Nein, kann er noch nicht. Deshalb muss Kim ihn leider nochmal kurz begleiten, um zu kacken. So, das ist aber auch kein Problem für uns. Und dann muss sie auch noch... Aber das kann sie doch direkt machen, ne? Anni, die liest gerade noch vor. Guck mal. Du, du kannst es doch bestimmt. Der guten Edona nochmal beim Kacken helfen. Ähm, Doppel-Kack-Action mit Edona und den anderen. So, come on. Leute, nehmt sie raus. Nehmt sie jetzt raus. Du musst sie schon... Aber sie sieht schon geil aus, ne? Also, sie hat eine gute Figur und ein cooles Outfit. Ich mag das sogar an ihr. Und die Frisur ist auch ganz cool. So. Wie sie guckt, wie so eine Psychopathin. Ja, ich fühle dich gleich. Ich bringe dich gleich um. Amener! Okay, die Zeiten sind definitiv vorbei. Dieser Trend mit Hans Entertainment war ja sowas von 2016. Ja gut. So, jetzt stehen beide davor und gucken und jubeln denen zu, wenn die kacken jetzt oder wie oder was. Oh Gott. Doppel-Kack-Action, Leute. Hallo! Geht doch mal bitte weg. Ich möchte die aus Thumbnail haben. Die beiden Kack-Miezen. Kack-Miezen? Alter, wie das klingt. Ach ne, das ist das Klo hier, oder? Ja. Ich dachte gerade, sie kacken so. Ups. Doppel-Kack-Action am Start. Ja, hallo, Kim. Du stehst genau im Bild. Toll. So kriegen wir nie beide aufs Thumbnail, wenn ihr genau davor steht. Guck mal, die jubeln denen richtig zu. So, ja, er macht das super. So kackt man richtig. Yeah! Aber egal, wir lassen die einfach mal... Boah, Alter, wie lang kacken die denn? Sie will um ein Bad bitten. Das können wir auch morgen früh machen, zum Sonntag. Warum ist sie wütend? Weil sie wenig Energie hat. Um solch eine Uhrzeit gehörst du auch schon lange ins Bett. Ähm, Nickerchen machen. Du musst kein Nickerchen machen. Du kannst dich auch in den Schlaf lesen lassen oder so. Ich frage mich nur gerade, warum dieses Blasen... Blasenbedürfnis, dieses Blase... Dieser Harndrang nicht hoch geht. Weil... Was kann er denn machen? Ein Nickerchen. Ach, wie süß. Ähm. Weil, die sitzen ja auf dem Klo. Aber irgendwie kommt nichts, ne? Oh, er ist sehr, sehr wütend, weil er erschöpft ist. Oh, shit. Wortwörtlich. Habt ihr das gerade gehört? Das war meine Bluetooth-Lautsprecherbox. Yeah. Hat man das auch... Hatte ich das nicht schon mal in irgendeiner Folge ganz früher? Ja, kann gut sein, Leute. Kann gut sein. Ey, wie lange wollen die jetzt hier noch pressen? Jetzt drückt die Wurst endlich raus. Meine Fresse. Ah, wie lange kacken die denn? Oh, der stirbt doch dann auf dem Klo. Guck mal, der ist so erschöpft. Guck mal, jetzt hat er sich richtig gegönnt. So. Ähm. Jetzt schwing dich ganz schnell ins Bett. So. Schlafen. Und du... Oh, du brauchst Spaß und Hygiene. Oh, shit. Sage ich da nur. Oh, shit. Ähm. Was macht Kim jetzt gerade? Sie macht Sit-Ups. Okay. Sehr professionell auf jeden Fall. Kleinkind in den Schlaf lesen. Und zwar, ey, Dona. Denn der gute Honey schläft schon. So. Okay. Oh, iiih. Muss ich das jetzt sauber machen? Säuber? Nein. Jetzt muss ich das auch sauber machen, weil die so fett da reingekackt haben, oder was? Wieso ich? Das ist so ekelhaftig, ey. Bah. Bäh. So, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr alle feine Ausaufgaben? Boah, du hast deine Ausaufgaben gemacht. Kim, ich bin super stolz auf dich. Ähm. Sie geht ja jetzt ins Bett. Sie kriegt ja noch ein bisschen was vorgelesen hier. Ähm. Hat Kati ihre Ausaufgaben gemacht? Bestimmt. Oh, was? Kati hat ihre Ausaufgaben gemacht? Das ist mir aber neu. Ähm. Sie hat jetzt keine Ausaufgaben mehr, deshalb tut sie mir ein bisschen leid. Aber sie darf sich jetzt gerne ins Bett bewegen. Und sie liest ihrer Kleinen noch was vor. Ich hoffe, die pennt dann ganz schnell. Und dann können wir auch endlich mal ins Bett. Es ist so fucking anstrengend, Leute. Was macht sie jetzt? Kleinkind überprüfen. Du musst es nicht die ganze Zeit überprüfen, ne? Lass den doch einfach mal schlafen. Hä, was macht sie jetzt mit ihm? Die sollen ihn einfach ins Bett stecken. Genau, steck ihn ins Bett. Sitzen. Sie schmeißen so hoch so. Weg damit! Ähm. Ja. Und dann gute Nacht, mein Kleiner. So, schlaf schön. Ja, ja, super. So, jetzt schlafen wir wenigstens alle. Und wir können uns dem anderen widmen. Und zwar unseren persönlichen Schlaf. Der hat nämlich bei mir auch in den letzten Wochen sehr, sehr krass geleistet. Was hochheben? Warum will sie denn ihn hochheben? Äh, du sollst dich ins Bett bewegen. Ach Gott. Durch das Dschungelcamp hat mein Schlaf auf jeden Fall auch sehr gelitten. Und deshalb hatte ich auch nicht so die Energie, auch Videos zu machen. In der ersten Woche ging das noch. Aber die zweite Woche, als ich das dann hingezogen habe, zu wenig Schlaf. Oh, holy shit, Leute. Das war vielleicht ein bisschen, bisschen krass. Ja, aber Mittagsschlaf regelt ja. Ihr kennt das ja. Oh, also hofft jetzt mal nicht, dass ich so der Einzige bin, der so mittags pennt. Aber mittags pennen ist einfach das Geiste, Leute. So nach der Schule nach Hause kommen sie sich ins Bett legen. Erstmal schlafen. Kein Problem für mich. So, wir legen uns aber jetzt mit der guten Bibi auch mal hin. Und dann wird endlich die Zeit... Hallo? Ich hab gedacht, sind die Zeit... Wieso wird die Zeit nicht so schnell vorgespult? Hallo, das Spielen ist kaputt. Toll. Wer baut mir das jetzt? So eine Scheiße, ey. Ach ja, Leute, irgendwann, wenn einer von den beiden, ich denke eher Kelly, also Kelly rein theoretisch zuerst, ausgezogen ist, werden wir uns daran machen, ein Baby mit einem Vampir zu bekommen. Ob das dann ein Vampir-Baby wird oder nicht, ist ja, beziehungsweise steht ja nicht ganz von Anfang an fest, weil, ne, 50-50%, 50% dann Mensch oder 50% Vampir. Man ist sich da ja ziemlich unsicher. Aber, was soll es, Leute? Das soll uns nicht weiter stören. Und das werden wir definitiv durchziehen. Boah, wir haben... Okay, super flüssig. Wow! Hä? Warum ist das jetzt so... Komisch, das Spiel? Ich weiß auch nicht. Irgendwas... Irgendwas spackt hier schon wieder rum. Egal. Wir spulen einfach wieder vor. Irgendwann sind die alle schon ausgeschlafen und dann können wir uns freuen und denken uns so, geil, es ist Sonntag. Ich hasse Sonntag. Sonntag ist immer so ein Tag, wo ich eigentlich nur die ganze Zeit im Bett liege. Und entweder weiterschlafe oder ganz, ganz selten lerne. Oder irgendwelche Serien auf Amazon Prime schaue, weil ich kein Netflix besitze. Ja, ich weiß, das ist die traurigste Geschichte, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ich weiß. So. Guck mal, Kim und Kathi sind beide schon wach und denken sich so, girl or shit. Oh ne, die Kim muss ganz dringend auf Toilette. Kim! Sprinte aufs... Hä? Nein, sie muss ganz dringend aufs Klo, aber geht lieber erstmal was essen. Ist sie dumm? Kim! Erstmal... Erstmal kacken und dann kannst du was essen. Wer bist du denn schon wieder? Pizza Penny? Hey, was will die hier? Warum hat die so ein Nuttenoutfit an? Darf ich ihr sowas sagen? Ich weiß es nicht. Weil es ist nicht mehr ein schönes Nuttenoutfit. Nico 17, das ist kein schönes Nuttenoutfit. Ähm, haben wir denn noch ordentliche Sachen zu essen? Nicht mehr so viel zum Phrasen. Das ist nicht gut. So, Kim, du weißt, was zu tun ist. Es ist gleich 6 Uhr, das heißt, Aufstehzeit zum Sonntag 6 Uhr. Wie habe ich so schön getwittert gestern? Wer am Sonntag vor... Oh, bitte wasch nicht ab, Kathi. Ich bring dich um, ey. Bitte wasch nicht ab. Ähm, hier habe ich so schön getwittert. Wer vor 12 Uhr an einem Sonntag aufsteht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ach ja, Sonntag. Ich bin irgendwie noch nie, glaube ich, eher als um 12 aufgestanden. Also, ich bin schon immer sehr zeitig wach. Was heißt sehr zeitig? Um 10. Aber ich stehe halt dann wirklich halt erst um 12, um 1 auf, weil... Keine Ahnung, ich habe halt einfach keinen Bock... Hey, jetzt stinken die Toiletten nicht mehr, oder wie? Oder was? Girl, was soll das? Ach ja. Naja, okay. Wir machen das mal weg, denn wir haben selber Hunger und werden jetzt erstmal... Was geil, das will die ganze Familie machen. Von dem hat die ganze Familie schon immer geträumt. Und zwar rühre ein mit Speck. Geil. Oh ja, Kim. Guck nicht so dumm. Mach Essen. Sie so... Was soll ich tun? Hier funktioniert Essen. Mach... Sie hat so keinen Plan vom Leben. Kim, dafür muss man sich bewegen. Guck mal. 1, 2, 3, 4, 5 Schritte in die Güche. Ach, Kim. Hey, ist die jetzt zu doof für alles? Was wäre denn die Pizza-Penny schon wieder hier? Geh mal da hin. Hey, das funktioniert. Laufen kann sie, aber laufen und gleichzeitig in die Küche laufen ist dann doch ein bisschen schwierig. Kann ich verstehen, Kim. Kann ich verstehen. Jetzt gibt es nämlich nur noch ein Frühstückseierlei. Na toll. So ein Abfall. Sind unsere Kindies... Kindies? Unsere Kindies. Könnt ihr bitte einmal die Kinder in Ruhe lassen? Das sind auch Kati und Kim. Ich hasse euch. Warum sind die immer so anstrengend, die Kinder? Jetzt haben wir noch Kleinkinder. Das ist alles so anstrengend, Leute. Diese Challenge ist für mich ein psychischer Zusammenbruch. Jedes Mal. Sie will hier schon wieder die beiden WhatsApp-Herzen schicken. Mädchen, verlieb dich nicht zu schnell. Du bist erst elf. Oder nein. Wer sind die Kinder hier vielleicht zu zehn? Naja, wenn sie in der Grundschule sind, können sie auch nicht elf sein. Mit elf ist man dann meist so in der fünften Klasse, ne? Das vegetarische Gericht feiert einen Erfolg. Kim hat sich gegönnt, was vegetarisch ist. Ich bin stolz auf sie. Ähm. Ja, stell den Teller einfach ab. Guck mal, sie ist richtig energiegeladen, weil sie gerade Gemüse gegessen hat. Ja. Super. Freu dich. Geh am besten mit der Geschichte zur RTL. So. Okay. Guck mal, die Kim hat euch doch was leckeres zu essen gemacht, Leute. Da könnt ihr euch doch hier mal was gönnen. Guck mal, jetzt steht sie da vor. Ist sie das auch? Kim? Hat Kim irgendwelche Probleme? Frühstücks... Och, was wegen Pizza Penny schon wieder? Ey, ich hab dir nie meinen Wohnungsschlüssel gegeben. Kann ich so freundlich sein und sagen, bitte verpiss dich? So ist man auf jeden Fall freundlich, Leute. Egal, sie isst ja jetzt, aber... Ich weiß auch nicht. Irgendwie hab ich das Gefühl, hier kommen immer mehr Leute. Aber ich hab die nie eingeladen. Ich weiß gar nicht, was die überhaupt hier wollen, weil ich hasse ja Menschen. Das solltet ihr wissen. Mann. Mann. So, okay. Wir haben hier oben noch ein pinkes Töpfchen, falls hier oben ja mal jemand pinkeln muss. Hä, Pizza Penny? Missbrauch nicht unseren Spiel... Unseren Spielzeug. So, geht disst. So, so macht man das nämlich. Wenn ihr jemand mit der neuen Nintendo Switch... Sprealt, dann bin ich das. Und übrigens, werd ich mir auch eine holen, glaub ich. Und dann wird's vielleicht wieder Splatoon geben und Mario Kart 8. Mal schauen, ob's das dann wieder geben wird. Äh, ich hätt irgendwie doch Bock drauf, aber die Konsole, ich find die zu teuer. Weiß auch nicht. Egal. Äh, Multiplayer spielen. My Sims Racing. Uh, Mario Kart für Arme oder was? Ähm, gegen hier Akira. Guck mal, der mag uns doch so gut. Deshalb spiel ich einfach mal gegen den. Können wir uns mal gönnen. Ach, guck mal hier. Die machen hier Gruppenfressen. Geil. Geil, kann ich ja nur sagen. So, und unsere kleinen, kleinen, kleinen Kinder, die pennen natürlich noch. Sie muss dann mal gewaschen werden. Der hat schon wieder Hunger. Der hat Hunger und muss gewaschen werden. Toll. Florian ist natürlich wieder am kompliziertesten. Florian, schäm dich. Irgendwann weck ich dich mal mit nem Hammer. Aber dann gibt's voll aufs Maul, ey. So. Wieder super freundlich hier am Start, so wie ihr mich kennt. Was macht sie jetzt? Das stimmt. Ich habe sie ja... Guck mal, sie rennt immer halbnackt rum. Ich weiß nicht, ob Katja dein Vorbild ist. Finde ich sehr, sehr gut. Du stehst nämlich dazu, was du hast. Ähm, ach, guck mal, das ist doch super cute. Das ist doch hier Mario Kart für Arme, oder? Wie geil ist das bitte? Hä? Er fährt so über Kopf. Wie macht der das? Oh, wie cool. Oh, ich würde jetzt auch am liebsten wieder Mario Kart 8 spielen. Ähm, ich habe letztens Mario Kart 7 gespielt, aber es wird niemanden jucken, weil ich mein 3DS wiedergefunden habe und mein Ladekabel. Und das fand ich sehr, sehr krass und das wollte ich euch jetzt gerade einfach nur mitteilen. So, okay. Wie geht's? Bibi, kann ich bitte mal auf dich schalten? Guck mal, die hat keinen Spaß. Bibi, guck mal, du kannst doch bestimmt hier mitspielen, oder? Kann sie nicht mitspielen? Mitspielen, guck mal. Spiel doch einfach mit. Du musst hier nicht Karaoke singen. Das musst du uns nicht antun. Das musst du uns nicht antun. Aber, so ein bisschen mitzocken kann doch nicht schaden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber Leute, ne, wir gehen mal runter zu den anderen. Oh, hier, die hassen sich jetzt schon. Finde ich gut. Das ist richtiges Konfro-Potenzial hier für die nächste Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei den beiden. Vielleicht gibt es hier richtig harten Beef und die hassen sich dann und blockieren sich auf Twitter. Ich weiß es nicht. Äh, aber ja Leute, das war es auch schon wieder für den heutigen Montag. Ich habe euren Montag hoffentlich ein bisschen besser gemacht. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall gerne über eine positive Bewertung freuen. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Und wir hören uns dann in einer weiteren Folge wieder. Und ich denke schon, dass es morgen sein wird. Bis dahin, haut rein und ciao.